Wir haben Nachwuchs bei unserem Panzergürtelschweif. Die Jungtiere sind am 27. September geboren und das Interessante ist, die Eltern stammen aus einer Beschlagnahmung von geschmuggelten Tieren. Geboren heißt bei dem Panzergürtelschweif, dass sie Ovovivipa sind. Ovovivipa bedeutet, sie sind eilebend gebärend. Das bedeutet, das Ei entwickelt sich im Körper von der Mutter, das Jungtier schlüpft auch dann im Körper von der Mutter und kommt dann lebend auf die Welt. Die Panzergürtelschweif leben in Gruppen zusammen, das ist nicht so häufig bei Reptilien. Und bei Gefahr beißen sie sich in den Schwanz und formen so eine Kugel, daher auch der Name Panzergürtelschweif. Die Panzergürtelschweif eine Beleidung des Kugelschweifers. Die Panzergürtelschweif eine Kugelung des Kugelschweifers. Vielen Dank.